Die Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 ist eine stürmische Nacht. Eine, die auch 87 Jahre später noch für Entsetzen und Schaudern sorgt. Als sie zu Ende geht, sind sechs Menschen tot, grausam umgebracht. Der Tatort, die oberbayerische Einöde bei Gröbern, unweit von Ingolstadt. Hinter dem sogenannten Hexenholz stand der Bauernhof Hinterkaifeck. Hier schlägt der Mörder zu. Der Fall ist bis heute ungeklärt und die Geschichte spukt noch immer in den Köpfen der Menschen. Kinofilme, Theaterstücke und der Bestseller Tannöd erzählen von dieser Bluttat. Polizeihochschule Fürstenfeldbruck bei München. 15 angehende Kriminalbeamte rollen den mysteriösen Fall Hinterkaifeck noch einmal auf für ihre Studienabschlussarbeit. Interessiert hat mich am meisten die Unterschiede der Polizeiarbeit von heute zu damals. Welche Möglichkeiten stehen uns heute zur Verfügung, welche Möglichkeiten hatten die Kollegen damals. Und vor allem auch die Frage, wäre es heute möglich, den Fall aufzuklären. Als erstes durchforsten die jungen Polizisten die alten Kriminalakten. Im Münchner Staatsarchiv ist all das eingelagert, was im Krieg verschont blieb. Protokolle, Vernehmungen und Urkunden. Schnell zeichnet sich für die Kriminalbeamten ein Bild der damaligen Zeit. Vom Leben in der Region um das oberbayerische Weidhofen. 1922. Der abseits gelegene Bauernhof Hinterkaifeck. Eigentümerin ist die 35-jährige Witwe Viktoria Gabriel. Sie hat zwei Kinder. Die siebenjährige Zilli und den zweijährigen Josef. Mit ihren Eltern Andreas und Cecilia Gruber bewirtschaftet sie den Hof. Die Familie lebt zurückgezogen. Sonntags geht Viktoria Gabriel ins drei Kilometer entfernte Weidhofen zur Messe. Viktoria ist die erste Sängerin im Kirchenchor. Wegen ihrer schönen Stimme wird sie die Lerche von Hinterkaifeck genannt. Ihr Mann, Karl Gabriel, fiel schon in den ersten Kriegstagen 1914 in Frankreich. Zilli hat den Vater nie kennengelernt. Wo Karl Gabriel beigesetzt ist, weiss die Familie nicht. Die Geheimnisse um den Mordhof Hinterkaifeck faszinieren auch die Internetgemeinde. Tausende sind von der Geschichte gefesselt. Eine selbsternannte Soko Hinterkaifeck betreibt seit Jahren eine eigene Website, auf der Privatleute aus ganz Deutschland jede Wendung des Falls diskutieren. Es war auf jeden Fall ein Anliegen und ist es auch heute noch ein Hauptanliegen von uns, den Opfern ein Gesicht zu geben. Zu zeigen, wer sie waren, weil sie waren Menschen, die dort erschlagen wurden. Einer unserer Forscherkollegen, der hat eine Person gefunden, die mit der Zilli in eine Klasse gegangen ist damals. Die hat erwähnt, dass es da ein Foto gibt. Darauf ist der Lehrer zu sehen an mehrere Klassenstufen. Und es ist also mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Zilli-Damme drauf ist auf dem Bild. Die Frage ist nur, wer von den ganzen Kindern ist er. Dann haben wir Software zur Hilfe genommen, mit der wir das Gesicht ihres Vaters, mit dem es ja ein Foto gibt aus der Militärzeit, verglichen haben, um anhand der Gesichtszüge Proportionen herauszufinden, wer es sein könnte. Und da haben wir eigentlich ein recht überzeugendes Ergebnis zustande gebracht. Zilli Gabriel. Nach über acht Jahrzehnten ist sie die Einzige, die wieder ein Gesicht erhält. Zuletzt war sie am 31. März 1922, gegen 12 Uhr, von zwei Klassenkameraden lebend gesehen worden. Auf dem Heimweg nach Hinterkaifeck. Zillis Familie gilt in der Umgebung als arbeitssam und wohlhabend, aber auch als geizig und verschlossen. Nur selten kommt Besuch auf den Hof. Viktoria Gabriel hat nach dem Tod ihres Mannes nicht wieder geheiratet. Ihre Mutter Cecilia Gruber hatte den Hof der eigenen Tochter schon in jungen Jahren überschrieben. Als der zweijährige Josef 1919 unehelich geboren wird, gibt es viele Gerüchte über den möglichen Vater. Die Wahrheit kennt nur Viktoria, doch sie schweigt. Obwohl der Hof seiner Tochter gehört, hat der 63-jährige Andreas Gruber das Sagen auf Hinterkaifeck. Gruber ist ein grobschlechtiger Herrschermann. Die Person Andreas Gruber war für uns am greifbarsten, da über ihn hieb- und stichfestes Material vorhanden war. Er war polizeibekannt, er war aktenkundig und er saß bereits im Zuchthaus. Kein Knecht, keine Magd halten es längere Zeit auf dem Hof aus. Die Arbeit ist hart, der Lohn gering und die Bauersleute haben keinen guten Ruf. 31. März 1922, der Mordtag. Wieder einmal kommt eine neue Magd nach Hinterkaifeck. Maria Baumgartner. Sie ist geistig ein wenig zurückgeblieben und gehbehindert. Deshalb wird sie von ihrer Schwester Franziska begleitet. Gegen 17 Uhr verabschiedet sich Franziska. Kurz darauf, so werden die Leute später sagen, muss der Teufel nach Hinterkaifeck gekommen sein. Ich habe noch nie von einem vergleichbaren Fall gehört, dem auch letztlich solch ein Mysterium anhängt wie Hinterkaifeck. Was ist in jener Nacht wirklich geschehen? Internetermittler und Polizeinachwuchs sind gleichermassen daran interessiert, diese Frage nach fast 90 Jahren endlich zu beantworten. Am Samstag, dem 1. April 1922, erreichen die beiden Kaffeehändler Hans und Eduard Schierowski den Hof. Es ist Mittagszeit, doch nichts rührt sich auf Hinterkaifeck. Das Haus ist verschlossen und niemand zu sehen. Zwei weitere Tage vergehen. Auch der Postbote Josef Mayer, der am Montag, dem 3. April, drei Tage nach der Tat das Wochenblatt austrägt, trifft keinen der Familie an. Jahre später erst wird er vernommen, erinnert sich, dass an jenem Tag das Vieh im Stall unruhig ist. Weil es aber nicht brüllt, macht sich der Postbote weiter keine Gedanken. Am nächsten Tag, dem Dienstag, kommt der Monteur Albert Hufner nach Hinterkaifeck, um einen Motor zu reparieren. Wegen des schlechten Wetters hatte er die Arbeit schon mehrmals verschieben müssen. Nachdem er eine Stunde gewartet hat, bricht er kurzerhand das Schloss zum Maschinenhäuschen auf. Er will die Reparatur endlich zu Ende bringen. Über vier Stunden arbeitet er an dem Motor, dann läuft er wieder. Als Hufner fertig ist, steht das Scheunentor sperrangelweit offen. Und der Hund, der vorher nicht da war, ist an der Haustür angeleint. Albert Hufner findet das seltsam und informiert die Leute aus dem Dorf Gröbern. Jetzt macht sich der Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer zusammen mit seinen Söhnen und den Nachbarn Siegel und Pöll auf den Weg nach Hinterkaifeck. Sie suchen gezielt den ganzen Hof ab. Vier Tage nach dem letzten Lebenszeichen machen sie schließlich eine schreckliche Entdeckung. In Schlittenbauers Aussage heißt es... Es war auf einmal Stockfinster im Stadl. Ich bin vorausgegangen und da ist der hinter mir gehende Pöll über was gestolpert. Da ist ein Schuss! Ich habe daraufhin die Tür weggenommen und die Person darunter umgedreht. Dabei habe ich erkannt, dass das der Andreas Gruber war. Zum Entsetzen der Männer liegen unter dem toten Andreas Gruber drei weitere Leichen. Grubers Frau Cecilia, seine Tochter Viktoria und seine Enkelin Zilli. Allen hat man die Köpfe eingeschlagen. Im Bauernhaus finden die Männer die tote Magd und den zweijährigen Josef. Auch sie erschlagen. Um 17 Uhr verständigt Schlittenbauer die nächste Polizeistation, die sofort die Münchner Mordkommission alarmiert. Die örtlichen Kräfte sind mit dem Sechsfachmord überfordert. Obwohl Hinterkaifeck nur 80 Kilometer von München entfernt ist, braucht die Kriminalpolizei fünf Stunden, trifft erst mitten in der Nacht ein. Also wenn so ein Tatort aufgefunden wird, sechs ermordete Personen liegen da, der Tatort wird abgesperrt, der Staatsanwalt kommt vor Ort, die Mordkommission ist da, die Spuren sicherer kommen, der Tatort wird sichergestellt, egal ob das Hausgrundstück oder sonst was ist. Es ist egal, ob das Tag oder Nacht ist. Und wenn es in der Nacht ist, dann wird die Nacht zum Tag gemacht. Und das ist einfach anders als früher. Weil es auf dem Einödhof kein elektrisches Licht gibt, können die Münchner Ermittler erst am nächsten Morgen bei Tagesanbruch mit der Spurensicherung beginnen. Fünf Tage nach der Bluttat. Seit dem Auffinden der Toten hatte der Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer den Tatort abgesperrt, aufgepasst und das Vieh versorgt. Selbst den Beamten aus München stockt der Atem beim Anblick der kaltblütigen Tat. Der Fotograf des Erkennungsdienstes macht das erste von insgesamt fünf Tatortfotos. Für das zweite Foto werden die Leichen in die Position zurückgelegt, in der Schlittenbauer an die anderen sie vorgefunden hatten. Vier Leichen befinden sich am Durchgang zwischen Stadel und Stall. Ursprünglich waren sie übereinander gestapelt. Es sieht so aus, als wären sie an dieser Stelle auch erschlagen worden. Stellt der 56-jährige Kriminaloberinspektor Georg Reingruber in seinem Augenscheinprotokoll fest. Weiter notiert der Chef der Münchner Mordkommission. Von dort sind die Täter durch eine Tür in den Stall gelangt, in dem Hühner, Kühe und Schweine untergebracht sind. Reingruber geht nach seinem ersten Eindruck offenbar von mehreren Tätern aus. Durch den Futtergang des Stalls sind die Täter wahrscheinlich weiter in das Haus vorgedrungen. Sie gelangten über einen Vorplatz in den Kellervorraum und von dort in die Küche. Auf dem Herd steht noch ein Topf mit eingebrannter Brotsuppe. Auf dem Tisch liegen noch Essensreste und die Schultafel von Zilli. Alles liegt noch so da, wie die Opfer es hinterlassen haben. Von der Küche aus führt eine Tür in die Mägdekammer. Dort liegt Maria Baumgartner. Ihr ist ebenfalls mit einem heftigen Jieb der Schädel eingeschlagen worden. Aus der Mägdekammer müssen die Täter dann in Viktoria Gabriels Schlafzimmer gekommen sein. Dort findet Reingruber in einem Kinderwagen die Leiche des zweijährigen Josef. Der Schlag hatte zunächst das aufgespannte Dach des Kinderwagens getroffen, dieses durchtrennt und dann dem Kind den Schädel zerschmettert. Der Schlag wurde mit solch sinnloser Wucht geführt, dass Blut und Gehirnteile an der Kopfseite des Wagens und am Bett klebten. Fassungslos stehen die Polizisten vor den Toten. Wer geht so brutal auf Menschen los? Man kann mir am Ersten vorstellen, dass diese Tötungshandlungen zu einem Art Rauschzustand führten und in diesem Rausch dann alles Leben ausgelöscht wurde, das an diesem Tatort vorhanden war. Victorias Schlafzimmer wurde durchwühlt. Eine Geldbörse ist geleert und die Schränke stehen offen. Trotzdem sind noch eine Menge Bargeld- und Wertgegenstände vorhanden. Bei der Suche nach der Tatwaffe entdecken die Polizisten auf dem Dachboden der Scheune zwei Kuhlen im Heu und zwei verschobene Dachziegel haben sich hier der oder die Täter versteckt. Und wo ist die Tatwaffe? Sie bleibt verschwunden. Die technische Ausrüstung der Polizei war jetzt nicht so wie heute. Es war damals möglich, Fingerabdrücke zu nehmen. Das haben sie leider unterlassen. Sie hatten die Möglichkeit, Fotos zu machen. Fotos wurden lediglich fünf gefertigt. Warum auch immer. Es ist für uns nicht nachvollziehbar. Und die größte technische Errungenschaft war damals wohl eine Reiseschreibmaschine. Aber die war nicht dabei. Nach der Tatortbesichtigung beginnt Kriminaloberinspektor Rheingruber mit der Zeugenbefragung. Er hofft, neue Hinweise zu bekommen. Als erstes werden die Kaffeevertreter vernommen. Man hat durchs Fenster geschaut und es war aber niemand da. Wir haben keinen gesehen. Auf dem ganzen Hof hat sich nichts gekriegt. Dann sind wir heute wieder gekommen. Danach wird Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer befragt. Dann habe ich mir einen Pöll und ein Siegel geschnappt. Und dann bin ich da rüber gelaufen. Dann haben wir eine Tür hingeklopft. Und dann der Nachbar Siegel. Der Schlittenbauer, der ist ganz zielstrebig. Ist der hinten reine. Der Pöll ist ihm gleich hinten nachgefolgt. Und ist aber dann auf einmal über was gestolpert. Und was ist dann passiert? Na ja, wie es der Pöll wieder aufricht, sieht er, dass das ein Fuss ist. Fünf Tatortfotos und einige spärliche Vernehmungsprotokolle. Das ist alles, was den Fürstenfeldbrocker Polizeistudenten bleibt, um eine Tatortbefundanalyse anzufertigen. Fast unmöglich. Doch der Polizeinachwuchs bekommt unerwartet Hilfe. Denn auch die Hobbydetektive der Internet-Soko lassen nicht locker. Sie haben sich auf die fünf Originalfotos konzentriert. Wir haben herausgefunden, dass sich hier der Oberarm und hier der Unterarm einer auf dem Rücken liegenden Person befindet. Deren Kopf sich unter dem Becken der darüber liegenden Frau. Und dies ist der Arm, der Unterarm mit dazugehöriger Hand. Jeder hat auch eine andere Sichtweise auf Bilder. Es gibt viele, die auf Bildern Dinge sehen, die andere nicht sehen. Und das ist der Vorteil des Internets, dass Dinge besprochen und diskutiert werden können und nicht nur einer auf dieses Bild drauf schaut und sich seine eigene Meinung bildet. Wir haben also hier den Oberarm mit dem Ellenbogen, haben hier den Beinbereich und hier den Oberkörper. Diese Entdeckung liefert nach über 80 Jahren erstmals Details zum Tathergang. Auf dem Bild haben wir am Anfang nur zwei Leichen gesehen, den Altbauern Gruber und eine Frau. Jetzt ist es so, dass eine zweite beziehungsweise eine dritte Leiche entdeckt wurde, wovon man ausgehen kann, dass das die Viktoria ist. Das heißt, wir schließen daraus, dass die Viktoria als erste umgebracht wurde, da der Leichnam ganz unten liegt. Das alles lässt Oberinspektor Reingruber außer Acht. Nach nur 10 Stunden verlässt die Mordkommission den Tatort, denn in München wartet bereits ein neuer Fall, ein politischer Mord. Auch das viele Geld- und die Wertgegenstände, die auf dem Hof gefunden werden, lassen Reingruber nicht skeptisch werden. Für ihn steht das Tatmotiv fest, Raubmord. Heutzutage würde man sich nicht mehr so schnell auf eine Theorie festlegen. Man würde natürlich den Raubmord in Betracht ziehen, aufgrund der vorgefundenen Spuren. Aber man könnte ihn auch wieder ausschließen aufgrund des Geldes, das noch vor Ort war. Aber Reingruber ist davon überzeugt, der oder die Täter wurden bei der Tat gestört. Nach Abzug der Polizei spielt sich auf Hinterkaifeck eine makabre Szene ab. Auf einem provisorischen Seziertisch öffnet der Gerichtsarzt Dr. Johann Aumüller die Körper der Leichen. Der ehemalige Irrenarzt hatte erst kurz zuvor eine Ausbildung dafür absolviert. Alle Opfer sind durch Schläge auf den Kopf getötet worden. Damals ist es üblich, in einem solchen Fall die Köpfe abzutrennen. Dr. Aumüller schickt die sechs Schädel an das Pathologische Institut in München. Drei Obduktionsergebnisse sind erhalten geblieben. Cecilia Gruber wurde mit sieben Schlägen auf den Kopf getötet. Die Schädeldecke ist gesprungen. Überlebte die Tat vermutlich um zwei bis drei Stunden. In ihren verkrampften Fingern finden sich Harbüschel, die sie sich im Todeskampf selbst ausriss. Die Hofbesitzerin Victoria Gabriel hat neun sternförmige Verletzungen am Kopf. Dem Arzt fällt aber auch noch etwas auf. Würgemahle am Hals von Victoria. Was die Ermittler damals nicht weiter verfolgen, ist aus heutiger Sicht für Profiler ein entscheidender Ansatz. Es könnte zum einen einen funktionellen Charakter haben. Das heißt, der Täter muss das Opfer am Schreien hindern. Zum anderen ist ein Bürgerangriff natürlich eine sehr persönliche Art eines Tötungsversuchs. Was bedeutet das? Ein Bezug zwischen Täter und Opfer möglicherweise gegeben war. Und Dr. Aumüller macht bei der Obduktion eine weitere Entdeckung. Keines der Opfer hat Abwehrverletzungen. Offenbar sind die Hinterkaifecker überrascht worden. Oder kannten sie etwa ihren Mörder? Eine Woche nach der Tat werden die Toten auf dem Friedhof von Beidhofen beigesetzt. Ohne Köpfe. 3000 Trauergäste, so berichtet die Chronik, sollen aus der ganzen Region zur Beerdigung gekommen sein. Der Herr gedenke als Blutrecher ihrer. Er vergisst das Geschrei der Armen nicht. Mahnt Pfarrer Haas in seiner Trauerrede. Zur gleichen Zeit setzt die Regierung von Oberbayern eine Belohnung von 100.000 Mark auf die Ergreifung des oder der Täter aus. Eine solch hohe Summe hat Folgen. In den nächsten Wochen kommt es zu vielen Verdächtigungen, Beschuldigungen und Verleumdungen. Alle Festgenommenen aber sind nach kurzer Zeit wieder auf freiem Fuss. Von dem oder den Tätern fehlt weiter jede Spur. Die Münchner Polizei kommt nicht weiter und schreckt deshalb auch nicht vor einer äusserst ungewöhnlichen Methode zurück. Ein Beamter reist mit den abgetrennten Schädeln nach Nürnberg, zu einer Hellseherin. Sie behauptet, mithilfe der Köpfe dem oder den Tätern auf die Spur kommen zu können. Doch das Medium versagt. Nach der makabren Sitzung in Nürnberg verliert sich die Spur der sechs Köpfe. Über den Verbleib gibt es seither nur Vermutungen. Vielleicht wurden sie irgendwo als Asservate eingelagert, vielleicht nachträglich im Familiengrab beigesetzt. Das Verbrechen von Hinterkaifeck bleibt ungeklärt. Draußen auf dem Einödhof, an diesem schaurigen Ort, will niemand mehr leben. Deshalb reißen die Erben das Gehöft ein Jahr später ab. Wahrscheinlich wäre Gras über die Sache gewachsen, aber dann eine kleine Sensation, die Tatwaffe wurde gefunden. So, wenn Sie mal herschaut, Herr Schatz, das ist jetzt der Nachbau von der Tatwaffe. An der Reutthauer haftet sogar noch das Blut der Opfer, sagen die alten Unterlagen. Zeugen bestätigen, dass diese Hacke dem Altbauern Gruber gehörte. Sie hat eine besondere Auffälligkeit. Da hat er dann ganz umfachmännisch eine Schraube durchgemacht, die wo hinten rüber steht. Und die hat auch die Verletzungsmuster bei der Victoria Gabriel hervorgerufen. Der Mörder hat keine Tatwaffe an den Tatort mitgebracht. Es ist also davon auszugehen, dass es sich nicht um eine geplante Tat im herkömmlichen Sinn handelt. Das heißt, dass es sich um ein Zufallswerkzeug handelt. Der Täter hat spontan sich zur Tötung entschlossen und dann zu dieser Hacke gegriffen, die in seinem unmittelbaren Einwirkungsbereich deponiert gewesen sein dürfte. Wer aber handelt im Affekt? Wer verschmäht Bargeld und Wertgegenstände? Wer löscht im Blutrausch eine ganze Familie aus? Hinter Kalfeck hat viele Geheimnisse. Manfred Götske von der Internet-Soko war von einem besonders fasziniert. Also der Hof, den habe ich anhand von den alten Fotos und Polizeiskizzen so weit rekonstruiert mit dem Maße. Bin ich mir bei allen Sachen noch nicht sicher. Das ist ein lebendiges Projekt, obwohl der Ausgang eigentlich von sechs Leichen her wird. Ein bisschen makaber. Er hat den Hof detailgetreu am Computer nachgebaut. Der Fundort der Reuthaue war neben einem Kamin. Und zwar hier. Und das Versteck der Tatwaffe zugeordnet. Die Reuthaue wurde im Fehlboden versteckt. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Versteck. Es wurde auch damals von den Ermittlern nicht gefunden. Aber auch ein Versteck, das einen erhöhten Arbeitsaufwand nach sich zieht. Das heißt, man muss den Boden aufmachen, die Waffe verstecken, den Boden wieder zumachen. Ein Raubmörder würde sich diese Arbeit nicht machen. Der sucht halt den Tatort auf zu einem geeigneten Zeitpunkt, begeht seine Tathandlungen und in der Regel verlässt er dann so schnell wie möglich das Tatobjekt, weil natürlich das Risiko der Entdeckung relativ hoch ist. Doch in Hinterkaifeck ist es anders. Die Tatwaffe wird gut versteckt. Das kostet Zeit. Und dann muss auch noch das Vieh versorgt worden sein. Soweit mir bekannt ist, wäre spätestens am zweiten Tag nach der Tat entsprechender Lärm entstanden, wenn die Kühe nicht versorgt werden. Und das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass die Auffindung am nächsten oder übernächsten Tag bereits stattgefunden hätte. Ein weiteres Detail liefert mögliche Hinweise auf den Täter. Die Lagerung der Leiche. Alle Körper sind abgedeckt. Auf den Toten im Stall liegt eine Tür. Über dem Körper der Magd Maria Baumgartner ein Federbett. Und über dem kleinen Josef, der Rock seiner Mutter. Beim klassischen Abdecken spricht man von einer sogenannten emotionalen Wiedergutmachung. Das heißt, es hat eine Vorbeziehung, eine intensive Vorbeziehung bestanden zwischen Täter und Opfer. Und der Täter zeigt nach der Tat eine gewisse Reue und versucht, diese Tat damit ungeschehen zu machen, indem man die Opfer abdeckt. Wenn ich euch nicht sehe, sehe ich nicht, was ich getan habe. Ich muss euch nicht ansehen und ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Das heißt, es muss jemand sein, der die Hinterkaifecker gekannt hat. Ansonsten hätte es ihm schlichtweg egal sein können, ob da Tote liegen oder nicht. Es muss also jemand aus dem Umfeld der Hinterkaifecker gewesen sein. Warum haben all diese Fakten damals niemanden interessiert? Weder die Polizeiabschlussklasse noch die Internetermittler glauben heute an die Theorie vom Raubmord. Jetzt aber bekommt eine andere Spur eine wichtige Bedeutung. Ein Sterbebildchen, das erst vor ein paar Jahren durch Zufall in einem Gebetsbuch gefunden wurde. Handgeschrieben steht dort, wegen Sittlichkeit ein Jahr. Blutschande. Strafe Gottes. Wer schreibt so etwas? Und warum auf ein Sterbebild? Ein Sakrileg. Auf dem Sterbebild war vermerkt Blutschande und Strafe Gottes. Auf dem Hof ein unähliches Kind. Wir haben eins und eins zusammengezählt und sind auch fündig geworden. In den alten Unterlagen gibt es eindeutige Hinweise. 1915 wird Andreas Gruber wegen Blutschande verurteilt, muss für ein Jahr ins Zuchthaus. Doch auch in späteren Jahren soll der Inzest weitergegangen sein. Die Akten legen den Verdacht nahe, dass sich der Bauer Andreas Gruber dauerhaft an seiner eigenen Tochter vergangen hat. Ist das der Auslöser für den Mord? Das stärkste Motiv hätte zweifellos der betrogene Ehemann Karl Gabriel. Dieser ist aber im Krieg gefallen. Später wurden Zweifel laut, dass er unter Umständen doch noch lebt. Denn angeblich hat ein Zeuge den Ehemann noch in den 50er Jahren gesehen. Hat Karl Gabriel den Ersten Weltkrieg überlebt? Ist er zurückgekehrt und hat Rache genommen? Eine Variante, die auch die Internet-Soko nicht ausschließt und ausführlich diskutiert. Die Story von Karl Gabriel ist eigentlich eine Art gröberner Volksausgabe der Odyssee. Wenn man jetzt genauer hinschaut, Odysseus, der Kriegsheld, der ja auch da durch verschiedene Irrungen und Wirrungen nach Hause zurückgekehrt ist, beobachtet dann die Hinterkaifecker, sieht, was da los ist und räumt dann praktisch auf, löscht dann letzten Endes die blutschänderische Familie aus. Und wenn man jetzt schaut, bei Odysseus, der kehrt heim, der Hund erkennt ihn als Einziger und er schreit dann ja quasi zur Tat, bringt die Freier um und hängt die Mägde auf und Karl Gabriel ermordet ihm, seine Familie. Doch wo ist Gabriel in all den Jahren gewesen? In Gefangenschaft, desertiert, mit einer anderen Identität unterwegs und dann plötzlich zurückgekehrt nach Hinterkaifeck? Er gäbe natürlich den tollen auch Verdächtigen ab, wenn man jetzt die Zeit vernachlässigt, die zwischen diesem Dezember 1914 und April 1922 gelegen hat. Im August 2008, während einer Motorradtour, will es Dietrich Wolf genau wissen und begibt sich auf Spurensuche. Als es sich ergab, dass ich im Urlaub ohnehin nach Frankreich wollte, habe ich den Schlenker gemacht. Nach den vorgegebenen Daten habe ich dann den Friedhof aufgesucht bei Neville. Auf dieser Fläche sind knapp 25.000 Soldaten begraben und etwa die Hälfte von ihnen ist bekannt. Und die Namen der bekannten Soldaten hat man auf großen Monseplatten alphabetisch geordnet verewigt. Man kann also dann hier alphabetisch gesehen den Namen Gabriel feststellen und zerrissen, wie die ganze Sache ist, hat man also nicht mal seinen Namen an einem Stück, sondern muss eine Zeile weiter runtergehen und kommt dann hier an den Vornamen Karl, Ersatzreservist, gefallen am 12.12.1914. Das war nicht James Bond. Und selbst für den wäre dieses Pensum, also Erkundung der Gegend, Beschaffung von Kartenmaterial, schnell noch die Sprache lernen und dann unterzutauchen innerhalb von zwei Tagen in einem unbekannten Gebiet eine Menge Arbeit gewesen. Und für einen bayerischen Bauern, den man in eine Uniform gesteckt hatte, 1914, Ne, das funktioniert nicht. Diese Einschätzung wird von Fakten erhärtet. Zum einen besteht die Aussage des Kameraden Bichler, der den Karl Gabriel tot im Schützengraben gesehen hat. Zum anderen gibt es eine Urkunde, die den Tod des Karl Gabriel bestätigt. Diese Sterbeurkunde des Regiments entdecken die Studenten bei ihren Recherchen. Der Mythos eines Rachefeldzugs scheint damit endgültig widerlegt und Karl Gabriel scheidet als Täter aus. Doch wer kommt dann noch als Mörder in Betracht? Michaela Förderberg-Zankl und ihre Kollegen richten ihr Augenmerk nun auf den kleinen Josef, den unehelichen Sohn von Viktoria. Über den kleinen Josef wissen wir eigentlich nur, dass die Viktoria die Mutter ist. Es gibt Irrungen und Wirrungen wegen ihm. Er könnte letztendlich die Schlüsselfigur zu allem gewesen sein. Was erzählen die alten Akten? Amtlich ist, dass sich der Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer am 7. Oktober 1919 vor dem Amtsgericht Schrobenhausen als Vater des einen Monat zuvor geborenen Josef Gruber bekennt. Schlittenbauer ist zu diesem Zeitpunkt Witwer. Der Schlittenbauer verkehrte nach eigenen Angaben fünfmal intim mit der Viktoria. Aus diesem Verhältnis soll der kleine Josef stammen. Nachdem sich aber anscheinend der Herr Schlittenbauer nicht mehr ganz so sicher war, ob er der Vater des Kindes ist oder doch der Altbauer zeigte er den Altbauern und Viktoria wegen Blutschande an. Doch das weitere Inzestverfahren gegen Andreas Gruber wird aufgrund der widersprüchlichen Aussage des Ortsvorstehers eingestellt. Danach ist das Verhältnis zwischen Lorenz Schlittenbauer und der Gruber-Gabriel-Familie nachhaltig gestört. Im Frühjahr 1922 erreichen die Streitigkeiten einen neuen Höhepunkt. Auf offener Straße bedrängt Schlittenbauer Viktoria das Geheimnis um die Vaterschaft endlich zu lüften. Wieso ist das jetzt auf einmal so wichtig für dich? Nein, das wissen wir. Hey, greif mich nicht um. Lass mich, geh weg! Ist es zurückgewiesene Liebe? Haben verletzte Eitelkeit oder gar Unterhaltszahlungen eine Rolle gespielt? Wir sind da vor kurzem auf ein Detail gestoßen, was vielleicht doch bisher zu wenig beachtet worden ist. Viktoria Gabriels Fahrt nach Schrumhausen. Sie ist da offensichtlich mit ihrem gröberen Nachbarn, dem Wirt Thomas Schweiger gefahren und hat während der Fahrt erzählt, sie wolle jetzt endlich quasi reinen Tisch machen. Sie wolle von Lorenz Schlittenbauer weiteren Unterhalt für den Sohn Josef einklagen oder sich jedenfalls rechtlich beraten lassen. Glaubst du, dass ich mit der Sache vor Gericht recht gelten kann? Wollte Viktoria Gabriel im Frühjahr 1922 Unterhaltszahlungen für den kleinen Josef einklagen? Und das, obwohl sich Schlittenbauer nicht sicher sein konnte, wirklich der Vater zu sein. Als Zahlen der Vater gern genommen, aber als Ehemann verschmäht. Ist der unmittelbare Nachbar also der Täter? Der damalige Staatsanwalt Renner sagt über ihn, für Schlittenbauer, der selbst als verdächtig bezeichnet wurde, im Übrigen aber allgemein als etwas sonderbarer, aber harmloser, gutmütiger und stets hilfsbereiter Mensch geschildert wird und selbst vermögend ist, ist ein Motiv zur Tat nicht erkennbar. Ich sag's ganz offen, die Leute waren nicht gut. Da hat der Herrgott schon die rechte Hand am rechten Ort gehabt. Als ich die Vernehmung gelesen habe, habe ich Gänsehaut gekriegt. Wie kann ein Mensch behaupten, dass der Herrgott die rechte Hand oder die Hand am rechten Fleck gehabt hat? Wie kann das einer behaupten? Was können zwei kleine Kinder für eventuelle Taten der Eltern oder Großeltern? Nichts. Noch Jahrzehnte nach der Tat gilt Lorenz Schlittenbauer bei vielen als der Mörder von Hinterkaifeck. Beweise gibt es nicht und seine Nachkommen wehren sich bis heute gegen die Beschuldigungen. Also in unserer Arbeit ist das Ergebnis meistens so, dass wir zwar die Charaktermerkmale von Personen beschreiben, aber nie auf Personen namentlich hinweisen. Wir können im Umkehrschluss nicht alle anderen ausschließen, die möglicherweise auch ein Motiv hatten und auch Tatgelegenheit. Man kann den Fall vielleicht nicht lösen, aber man kann die Tatvarianten eingrenzen und ich denke, von Dutzenden Varianten sind zwei, drei, die noch realistisch sind. Die wahrscheinlichste Variante ist nach den Erkenntnissen der Polizei und der Internet-Ermittler folgende. Freitag, der 31. März 1922, kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Ein Sturm kommt auf. Die drei Frauen sind an diesem Abend wohl noch wach gewesen. Ihre Leichen werden später bekleidet aufgefunden. Wenn es keine Einbruchsspuren gibt, könnte das die Vermutung zulassen, dass die Opfer den oder die Täter selbst eingelassen haben beziehungsweise der Täter um eine Möglichkeit wusste, ungestört ins Objekt zu kommen, was natürlich auch Insiderwissen voraussetzt. Da gibt es ja keine letzte Sicherheit, wobei wir aber annehmen, dass wohl Viktoria Gabriel als Erste gewirkt worden ist und da war sie entsprechend auch natürlich als Erste mit dem Täter konfrontiert. Hat Viktoria ihrem Mörder selbst die Tür geöffnet? Hat sie ihn gekannt? Unserer Meinung nach war die Tatbegehung durch einen Täter möglich. Das heißt, es ist nicht zwingend, dass mehrere Personen die Tat begangen haben. Im Haus bleibt zunächst unbemerkt, was im Stall passiert. möglicherweise konnte das Opfer noch schreien und als finale Tötungshandlung hat man dann diese Bräuetau eingesetzt. schreien. Dann kam wahrscheinlich die Mutter dazu. Da wird vermutet, dass sie vielleicht von einem eventuellen Treffen auch schon gewusst haben könnte, vielleicht auch schon gelauscht haben können sie. Mik, wo bist du? Komm, 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 komm. Opa, zuppen, reno. Ja, große Fisch. Als seine Frau und seine Tochter nicht zurückkommen, sucht der Altbauer Andreas Gruber nach den beiden, geht im Nachthemd in den Stall. Bei den herrschenden Lichtverhältnissen ist das natürlich die Annahme, dass er da eben unvorbereitet dem Täter in die Arme gelaufen ist. Jetzt leben nur noch die Magd, Zilli und ihr kleiner Bruder Josef. Mama? Das ist so ein natürlicher Instinkt, wahrscheinlich, wenn das Kind seine Großeltern oder die Mutter schreien hört, sich einfach in diese Richtung begibt, um nachzusehen, was da los ist. Oma? Oma? Mama? Oma? 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 Wieso auch der kleine Josef getötet worden ist, das ist schon eines der Rätsel im Fall. Man hätte jetzt ja sagen können, ein zweieinhalbjähriges Kind, das würde ja auch einen eventuellen Täter nicht erkannt haben, das hätte man eigentlich überleben lassen können. Als der Morgen dämmert, lebt auf dem Einöthof hinter Kalfek nur noch der Hund Täter-Familie. Der Täter deckt die Toten ab. Er füttert die Tiere, er melkt die Kühe und er bleibt wahrscheinlich noch mehrere Tage auf dem Hof. Das würde für einen fremden Täter vollkommen entfallen. Der hat ja keine Notwendigkeit, irgendwas zu inszenieren. Es inszenierte nur der, der nahe an den Opfern ist, um den Verdacht in eine andere Richtung zu lenken. Sechs Monate haben sich die 15 Polizeihochschüler mit dem Fall beschäftigt. Noch nie wurde die Tatnacht von Hinterkaifeck so minutiös aufgearbeitet. Das Ergebnis aber bleibt aus Datenschutzgründen unter Verschluss. Natürlich spukt in unserem Kopf ein Name, den wir aber nie öffentlich sagen würden, weil einfach der letzte Beweis fehlt. Und Mutmaßungen, natürlich dürfen Mutmaßungen gemacht werden, aber Leute jetzt zu beschuldigen nach dem Zeitraum ohne den Beweis zu haben, ist sehr unprofessionell. Und eigentlich den Nachkommen gegenüber auch sehr unfair. Für die Polizei ist der Fall damit endgültig abgeschlossen, für die Internet-Soko aber noch lange nicht. Wenn über die Aufmerksamkeit, die allgemein dem Fall zuteil wird, vielleicht doch noch neue Fakten von irgendwelchen Dachböden, aus irgendwelchen Kellern ans Tageslicht kommen, da glaube ich fest dran, dass da noch was drin ist, dass man vielleicht doch den Opfern noch Gerechtigkeit wieder fahren lassen kann. Das wäre schon eine tolle Sache. Dachböden, eine tolle Sache. Das wäre schon eine tolle Sache. Das wäre schon eine tolle Sache. Untertitelung des ZDF, 2020